Schnuckis, heute zeige ich euch ein Produkt, das in keiner Diamond Painting Tasche fehlen sollte und zwar Glue Tape. Was ist das, was kann das? Ich zeige euch das jetzt mal an meiner Axolottenleinwand. Natürlich klebt das hier, weil die ist ja neu und toll. Aber sollte das mal nicht der Fall sein, dann kommt dieses durchsichtige Klebeband zum Einsatz. Einfach auf die Stelle, wo es nicht mehr klebt, draufrollen und tada, man kann die Steine wieder draufsetzen. Zeige ich euch jetzt hier nochmal an dieser Ecke der Leinwand, wo es natürlich nicht klebt. Ihr seht das, die Steine halten nicht. Also einmal drüberrollern, die Steinchen aufsetzen und ihr seht, man kann ganz normal weiterpainten und die Steine halten bombenfest. Zum Glück kommt es ja nicht so oft vor, dass man das braucht, aber wenn, dann seid ihr bestens vorbereitet. Ich liebs.